Hi, gestern haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie man Docker-Images überhaupt bauen kann. Heute gucken wir uns jetzt die Docker-Registry an, bzw. wir beschäftigen uns mit der Frage, wie man eine Docker-Registry selbst betreiben kann. Zunächst mal muss man klären, was eine Docker-Registry ist. Dabei handelt es sich letztlich um nichts anderes als einen Speicherort, wo ich Docker-Images ablegen kann und von wo ich diese Docker-Images, wenn ich sie eben später wieder brauche, auch abrufen und herunterladen und installieren kann. Zum einen kann es eine solche Registry natürlich öffentlich geben, wo jeder oder jede entsprechende Images hochladen oder wieder herunterladen kann. Oder man kann das Ganze natürlich auch privat betreiben, wenn man eben private Images hat, was zum Beispiel intern im Unternehmenseinsatz durchaus sinnvoll sein kann. Von Docker selbst gibt es eine öffentliche Registry, in der man tatsächlich auch private Images ablegen kann. Das heißt, ich kann pro Image konfigurieren, ob das ein öffentlich zugängliches Image sein soll oder eben ein privates Image, auf das nur bestimmte Personen oder Teams Zugriff haben. Das ist dann aber natürlich ein kostenpflichtiges Feature. Diese öffentliche Registry von Docker, das ist der sogenannte Docker-Hub. Und wie gesagt, alternativ kann ich eine eigene Registry betreiben. Dafür wiederum gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es nämlich tatsächlich eine Docker-Registry als Docker-Image. Das heißt, ich kann das Docker-Image namens Registry herunterladen, starten und habe damit eben eine Docker-Registry am Laufen. Ich muss sie natürlich noch ein bisschen konfigurieren, welcher Port, unter Umständen mit Zugangsdaten und ähnlichem. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Ausgangsbasis. Wenn ich das Ganze in einer etwas verwalteteren Form haben möchte, dann bieten inzwischen auch GitHub, GitLab an, zum Beispiel eine Docker-Registry. Es gibt Angebote von Artifactory, auch AWS und Azure haben das inzwischen alle drin. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Docker-Registries, die ich mir entsprechend aussuchen kann, die sich in ihrem Funktionsumfang, in den Preisen natürlich und generell in den Features unterscheiden. Der Image-Name eines Docker-Images enthält immer auch den Registry-Namen als Bestandteil des Namens, außer bei der öffentlichen Registry. Das heißt, wenn ich ein Docker-Image sehe, kann ich diesem Image sofort anhand seines Image-Namens ansehen, aus welcher Registry der kommt und ob das eine öffentliche Registry oder ob das die offizielle Docker-Registry ist oder ob das eine andere Registry ist. Und das ist eben wichtig. Ansonsten unterscheiden sich diese Tools natürlich auch im Hinblick auf ihre Security-Features, im Hinblick auf Authentifizierung, ob ich das zum Beispiel mit LDAP integrieren kann, ob ich das mit einem Active Directory integrieren kann und so weiter und so fort. Und was ich im Hinblick auf das Selbstbetreiben vielleicht nicht ganz außer Acht lassen sollte, ist, dass da auch eine ganze Menge an Datenvolumen entsteht. Jetzt sind Docker-Images nicht so groß wie virtuelle Maschinen, aber es handelt sich eben doch um zwei- oder dreistellige Megabyte-Beträge und das läppert sich einfach im Laufe der Zeit zusammen. Beachtenswert ist außerdem noch, dass der Docker-Hub, also die offiziell von Docker betriebene Registry, tatsächlich mehr macht, als nur eine Registry zu sein. Also die kann nicht nur Docker-Images sozusagen hosten, sondern man kann eben dort Docker-Images auch bauen lassen. Das heißt, der ganze Bildprozess für ein Docker-Image kann auf dem Docker-Hub ausgelagert werden. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr komfortabel, ist aber auf der anderen Seite auch verhältnismäßig langsam. Das ist sogar so, das geht sogar so weit, dass man dem Docker-Hub anmerkt, je nach Uhrzeit, ob in gewissen Teilen der Welt gerade Tag oder Nacht ist, weil zum Beispiel, wenn in Nordamerika Tag ist, der Docker-Hub tatsächlich länger braucht, statistisch gesehen, um Docker-Images zu bauen, als wenn eben in Nordamerika gerade Nacht ist. Das heißt, man merkt, dass da gerade viel los ist oder dass da halt weniger los ist. Das heißt, das kann unter Umständen schon gravierende Auswirkungen auf den eigenen Bildprozess haben. Außerdem macht man sich natürlich von der externen Infrastruktur an der Stelle abhängig, was ja auch im Hinblick auf Verlässlichkeit, auf Erreichbarkeit unter Umständen fraglich sein kann. Das heißt, es gibt durchaus gute Gründe, warum man zumindest den Bildvorgang vielleicht lieber intern hosten will und vielleicht auch mit einem Proxy arbeiten will, um eben die Images auch lokal nochmal vorhalten zu können. Der Vorteil, wenn man die Images außerdem nicht auf dem Docker-Hub baut, sondern wenn man das selbst macht, ist, dass man den Bildvorgang in der Regel nur einmal hat. Denn auf dem eigenen Bildserver wird man ja Images in der Regel ohnehin bauen, um sie testen zu können. Und wenn man diese Images dann einfach fertig hochlädt, dann ist man eben sicher, dann weiß man, dass man genau das Image, was man selbst gebaut und getestet hat, auch entsprechend hochlädt. Wohingegen, wenn ich das Ganze natürlich dann sozusagen auf den Docker-Hub pushe und dort nochmal bauen lasse, dann habe ich diese Garantie eben nicht unbedingt. Das heißt, man kann die Registry bzw. den Docker-Hub so benutzen, dass man eben wirklich nur fertig gebaute Images dorthin pusht und dass man dieses Autobild-Feature nicht verwendet, sondern dass man diesen Bild auf jeden Fall lokal ausführt. Und das ist was, was aus unserer Empfehlung sehr, sehr empfehlenswert ist, weil man damit einfach mehr Kontrolle und eine bessere Vorhersagbarkeit über die Images hat. Was noch zu beachten ist, wenn man Docker-Images baut bzw. wenn man sie in eine Registry verschiebt und sie dann verwendet, ist natürlich das Thema Security. Das heißt, im Hinblick auf Docker-Images gibt es eine ganze Reihe von Aspekten, die man im Hinblick auf die Security beachten muss, sowohl beim Bauen als auch beim Betreiben des Images. Und genau damit beschäftigen wir uns dann morgen. Das heißt, wir gucken uns morgen an, was es für sicherheitsrelevante Aspekte im Hinblick auf Docker gibt, aber eben auch noch so ein paar weitere Dinge, woran man vielleicht denken sollte. Für heute möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und denkt dann daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos von YouTube benachrichtigt werdet. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Donnerstagnachmittag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und dann bis morgen. Ciao!